Einen wunderschönen guten Morgen ladies and gentlemen, mein Name ist Trixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Senders. Schön, dass du mich eingeschaltet hast. Wir legen direkt hier los und fahren zur Schlucht. In der Hoffnung, dass wir weiterkommen. Wir müssen zwei Beinahe-Kollisionen erreichen. Das könnten wir sogar schaffen. Wie ich gerade bemerke, hat sich mein Kopfhörer verabschiedet. Das linke Ohr geht an und aus. Das macht keinen Spaß, Leute. Das macht echt keinen Spaß. Alla. Ich kann nichts machen. Doppelten. Yes. War zwar knapp, aber wir haben es hinbekommen. Gott sei Dank. Ja, manchmal muss man ein bisschen was riskieren hier. Wird man hier erfolgreich wert. Oh Gott. Oh mein Gott. Uh. Nice, Baby. Ja, ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu machen. Ich gebe es zu. So, jetzt machen wir mal schnell querfält ein. Dann wird man hier die Beinahe-Kollisionen hinbekommen. Ein bisschen knapp am Kaktus vorbeifahren oder so. Mit einer erhöhten Geschwindigkeit. Oh, nein. Das war... Oh Gott. Schawangen. Nennen wir das mal so. Oh, Mann, Mann, Mann. Eine haben wir aber. Das ist die Hauptsache. Und die zweite. Komm. Ah, noch nicht. Ne, so nicht. Wir müssen sie mir hinbekommen. Komm. Ah, immer zu wenigstens viel. Nein. Verdammt. Jetzt habe ich das Ziel ein wenig, ja. Erhöht. Drücken wir es mal so aus. Gut, wir versuchen es nochmal irgendwie. Irgendwie muss es auch funktionieren hier. Ich möchte mein Leben wieder haben. Yes. Da haben wir schon mal eins. Ist noch das zweite. Dann hätten wir unser Leben wenigstens wieder. Komm, komm, komm. Nein. So läuft das nicht. So läuft das nicht, Drixi. Sollte Beinhaarkollision sein. Sollte nicht eine vollständige Kollision sein. Wow, 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 wow. Okay. Jetzt müssen wir noch einen hinkriegen. Einen einzigen. Yes. Gut, haben wir wenigstens ein Leben wieder. Wenigstens etwas. Das heißt gar nichts. Wuhu. So. Erreicht das Ziel nach 50 Sekunden. Packen wir nicht. Packen wir nicht, Leute. Wollen wir das einfach easy chillig hier. Schaffen wir auf keinen Fall. Oh, das ist nervig. Links nach rechts, links nach rechts. Wie Musik an der Umgebung geht. Ich bin auch ein bisschen belegen, mir das Mikrofon zuzulegen. Das Rodeo NT1A. Inklusive Ansteckmikrofon. Für andere Sachen. Müssen wir mal schauen. Ob das sich lohnt. Komm, gib Gas, Junge. Wir schaffen es ja doch noch irgendwie. Wo ich ein bisschen bezweifle. Die Strecke hat es ja schon in sich. Von der Geschwindigkeit und von der Länge. Sieht mich nicht wirklich rosig gerade aus. Noch wenige Sekunden haben wir. Oh, oh, oh. Wir haben es geschafft. Nice. Cool. Cool. Auf jeden Fall. Nice, nice. Hauen wir den hier. Ich möchte mich gerne den Boss-Jump schaffen. Okay, zwei 360er müssen wir machen. Das versuchen wir. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Oh, shit. Man. Bin abgerutscht. Verdammt. Hup. Eins. Und. Oh Gott. Das war nix. Abrumsen, abbremsen. Nein, nein, nein. Nicht rumkippen. Nein, 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 nein. Das lässt du mal bitte. So. Die Dinger hasse ich immer noch. Irgendwie. Okay. Da hätten wir noch mal einen Jumpy. Wir haben auch genug Speed diesmal. Aber nicht für einen 360er noch zusätzlich. Aber da vorne hätten wir was. Ich brauche es mal ein bisschen ab. So. Da haben wir das. Sehr gut. Und noch einen schönen einfachen Salto. Oh. Was? Och nö. Was war das denn für ein Mist? Müssen wir es halt nochmal machen hier. Mann, 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 Mann. Oh. Da habt ihr auch zwei 360er wieder. Zack. Hier einfach drüber. Ich habe mich nicht wirklich in Schwung vertraut. Okay. Hopp. Hol mal. Da jump ich jetzt nicht mehr drüber. Nee, 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 nee. Lass mal. Nee, 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 nee. Das Leben holen wir uns. Wunderschön. Ich schaffe drei saubere Landungen. Okay, wir sind schon fast am Ziel unserer Begierde. Läuft doch. Läuft doch, läuft doch, läuft doch, läuft doch. Okay, dann gucken wir mal, was wir erreichen, ob wir nochmal ein Leben bekommen oder es lieber lassen. Müssen wir mal schauen. Oh, 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 oh. Uh. Also manchmal ist die Physik ein wenig strange, aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Oh, mal ein bisschen abbremsen hier. Oh, oh, nein, 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 nein. Was? Da bin ich extra schon an der Seite. Mann, ey. Mistding. Echt Mistding. Immer abkürzend hier oben drüber. Wow, wow. So. Gut. Müssen wir also drüber jumpen. Über die Schlucht. So wie es aussieht. Okay. Yes. Hat funktioniert. Wow. Nein. Oh, verdammt nun mal. Das kann nicht wahr sein. Dieses Miss-Ding. Okay. Einmal Speed nehmen. Versuche nur zwei, drei, sauber landen. Okay. Das ist natürlich nicht. Aber das war mal einfach zu... Verdammte Hacke. Zu heikel. Okay, wir fahren easy peasy. Müssen es schaffen, Leute. Irgendwie. Oh, Gott. Nein. Wow, wow, wow. Ramm es mal ab, bitte. Ah, da ist das Ziel. Gott sei Dank. So, Bostjam. Mach ein Rückwärtssalto. Ja, das versuchen wir auf jeden Fall. Kleinen Rückwärtssalto über die Riesenschlucht. Warum nicht, gell? Aber da ist irgendwie komisch. Am Anfang läuft es super und dann versage ich immer jämmerlich. Ibi sehr, sehr seltsam bei mir. Aber komm. Das Ziel ist es eigentlich nur, bis zum Bossjump zu kommen. Verdammt. Mist. Okay, wir sind wieder beim Endboss. Wir sollen ein Rückwärtssalto machen. Das werden wir auf jeden Fall versuchen, liebe Leute. Mit Sicherheit. Und davor müssen wir halt langsam und vorsichtig vorgehen. Moment der Wahrheit. Wohl wahr, wohl wahr. Okay. Wir müssen also Speed nehmen ohne Ende. Als Stopp, 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 Stopp. Oh, okay. Moment mal. Erstmal die Lage checken hier. Da vorne ist der Sprung. Okay. Gut. Jetzt ist ein anderer Sprung. Okay. Noch mal abbremsen kurz. Oh, Mann, 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 Mann. Ich glaube, das wäre der Endjump. Kommt denn der vor? Müsste jetzt kommen eigentlich, oder? Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ich sehe ihn. Huh. Yes. Sehr gut. Huhu. Und ein weiteres Leben. Jetzt müssen wir noch mal einmal durch. Dann hätten wir die Berge auch als Abkürzung. Oh, wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Aber ich das ziehe, ohne zu bremsen, zählt er eigentlich auch. Nee, eigentlich nicht. Man muss nicht unbedingt Gas gehen die ganze Zeit. Okay. Dann mal rein in die gute Stube. Und mal gucken, wie weit wir kommen. So, schön easy peasy. Mal bremsen hier. So. Wir müssen nicht genau ein weiteres Leben haben. Alle guten Dinge sind drei. Oh mein Gott. Alter, Walter. Was geht denn hier ab? Kranke Scheiße. Auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht gelb markieren können? Die Drecksäcke. Nein. Autsch. Aua. Oh Mann. Aber ich muss noch ziehen. Ich bin jetzt seit 40 Minuten dran. Ich bin ein wenig rocky. Aber wir haben unser Ziel erreicht. Das ist die Hauptsache. Nämlich die Abkürzung. Weiter vorzuschalten. Okay. Wow. Wow. Kranker Mist. Echt, Leute? Echt kranker Mist. Oh nein. Alter, was ist das für eine Strecke? Das geht ja mal gar nicht. Huhu. Okay, Leute. Wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super freuen. Man sieht sich. Man hört sich. Man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao, ciao.